KICKER TV, der Talk mit Marco Hagemann. Es kommt immer darauf an, das Wie. Man hat ja Betriebe, da muss man einen entlassen oder man stellt einen ein oder einen Müll weg und macht miese Arbeit. So ist es auch im Sport. Das Wie stört uns. Nicht, dass man jetzt was transferiert, wo man sich wieder refinanziert, sondern das ganze Gezedere über drei Monate, vier Monate war Traxler-Time. Da war er gar nicht dabei, am nächsten Mal hat er wieder gespielt und dann hat er wieder gut gespielt, dann hat er wieder schlecht gespielt. Leute, das geht uns doch auf die Zeiger, das macht uns doch den Fußball mies. Das macht uns auch die Anhängerschaft in die Vereine mies, wenn man solche Patienten dabei hat.